Musik 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 Was? 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 Das hätten wir ohne sie nicht geschafft. Wollen wir denn? Musik Das hätten wir ohne sie nicht geschafft. Ist ruhig Musik 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 Okay. Okay. Oh, I don't go either. Kindlast. Verstehe ich jetzt aber nicht hier. Ich habe es nicht geschafft. Okay. Mal. Jetzt wieder. Wenn es Ballen oder gibt. Dann brauchen wir weiter. Was? So hoch. Bitte. 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 Jetzt bin ich von der falschen Seite gekommen. fault jecht denn du ist zu ich soll es sein ein und Mann kann ich es also áfic dad das 약 j r le Sagt wer. Ist es... Da geht's auch runter. Mit einem Zufall. Oh, der ist. Schaut mal. Schaut mal. Blöder Sack. Blöder Sack. Jetzt gucken wir, wie wir da hochkommen. Natürlich schon jetzt nicht rüber. Na ja, klar. Jetzt stechen wir doch nicht. Ne, okay, oder? Nein, klar. Okay. 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 Also Schutzhändschuld. Ihr Einsatzziel wurde aktiviert. Aktivieren Sie das Energierallee. Ja, wo ist denn das? Bestätigung. Lokal Stromnetz online. An der Natur? Ja. An der Natur? An der Natur? An der Natur? Nee, bist du nicht. Einsatzzieldaten, aktivieren Sie das sekundäre Energierelais. Bist du nicht? Ich stehe alles durch. Okay, cool again. Was mich nicht umbringt, macht mich wütend. Entschuldigung, wollte nicht stören. Oh, da ist rein. Ja nicht, ja nicht, ja nicht. Gar nicht. Okay, wir müssen noch Stoff da. Irgendwie. Entschuldigung. Okay. 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 Jetzt die Küste. bestätigung lokal stromnetz online gute arbeit und wir wissen das zu schätzen ich wollte noch sagen dass unsere kostüm abteilung ein paar gute ideen für spezialagenten outfits hat falls sie einen kontakt brauchen fragen sie mich einfach okay das ist ja alles die behalten jetzt mal die meintest die behalten die 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 wo Auch alles nicht. Wir sehen, wie wir sparten. Ah, wir haben Suche. Jo Ferro ist ein ehemaliger Kanalarbeiter, der der Cleaners gewinnt hat, eine Gruppe, die das Virus besiegen will, indem sie um Mut für das Virus schiebt. Kategorie A deklariert, welche als lebensbedrohlich eingestuft wird. Die Infektion ist hoch ansteckend und von einer Person auf die andere übersprachbar. Mit 1 1 1 1 1 1 1 1 4. Ja, da kann man der Sache schon näher. Ziehen wir die an. Schau mal die nämlich. Verlegen. Robuste haben wir angelegt. Wir bringen uns alle. Zwei Mods haben. Ja, das ist die Frage, wie kann man der die Mods abbauen. Zurückvergleichen Mod. So. 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 Okay. barrenen. So. Ja, ja. Der, 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 der. M4, Polizeivision Standard Stufe 3. Jetzt gehen wir auf. Der, 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 der Stufe 5. So. Okay. Zieloptik. Brauchen wir das? Ne, warum? Zurück. Ja, die macht jetzt ein bisschen mehr Schaden als die vorher. War auch nicht viel. Ja. Ich glaub, die müssen wir jetzt anlegen. Die. Kann man zerlegen. So. So. 1, 1, 2. Hä? Wieso zeigt der jetzt immer noch zwei Waffen an? Und jetzt ist der, 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 der. Der, 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 der. Ja. Und dann geht das. 41 Karabiner Klassik. Egal was ich gehe. Ja, ich mach da jetzt mal nix. Dann müssen wir als nächstes freischalten. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt auch Schluss. Für Zeit, war lange, hat Spaß gemacht. Ich denke mal morgen vielleicht nochmal ein Stündchen auf 2, auf 3 und dann schauen wir weiter. Level 10, sind noch 20 Level zu machen. Und das kann noch ein bisschen was dauern. Aber es macht Fun. Euch von Twitch, schönen Abend. Und den Leuten, die die Folge bei YouTube sehen, euch wünsche ich einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und je nachdem wann ihr die Folge seht. Und sage Tschüss, bis demnächst. Ja.